mitnehmen wir uns den nächsten schicken Sportflugzeug so ein Baby-Bloch gefällt mir eigentlich die Tüten Modifizieren Panzerung Kierenmaßnahmen Motor Steuerung Design Kierenmaßnahmen mehr haben wir nicht keine waffen scheinbar keine waffen jetzt mir immer schwer enttäuscht und sich damit ein testflug ja weiter unten könnte tatsächlich nur eine waffe dran sein schnell und er hebt aber richtig schnell ab der kollege ich habe aber tatsächlich auch wenn das unten aussieht wie ein mg habe ich keine bewaffnung oder ich muss vielleicht erst mal aus dem passivmodus raus ich drücke einfach mal auf feuern und wie sie sehen sehen sie nichts das einfach nur ein verdammt standes sportflugzeug was keinerlei bewaffnung hat einfach nur flares finde ich finde ich jetzt irgendwie schade ob ich die jets auch mit flares nachrüsten kann ich hoffe doch z mit x war wohl nix